hallo und herzlich willkommen zurück zu unschraudet guck mal da ist mein todespunkt komme ich da überhaupt dran gleich von hier so warte muss ja noch mal buffen und ausgeruht bin ich auch nicht geht's hier hoch nicht ausgeruhtes doof schaffe ich das ja 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 ich höre dich da draußen ich höre dich wie komme ich denn hier hoch ich soll ich denn hier hoch kommen denke mal ich muss ganz nach oben aber das geht hier nicht dann wahrscheinlich von außen von jetzt hier ein fenster war da da u nee nee a so a a a a a a ich sehe gar nichts war schneller mach schneller ich glaube okay plündern das licht herum holz holz ist nicht das was ich brauche ich denke ich muss ganz nach oben oder doch eine kiste bitte nicht wap wap da habe ich noch in ihr licht ist hier nämlich besonders dunkel nein was war das denn muss ich ja ich wollte den plündern ich glaube ich muss hier hoch irgendwie da ist die goldene kiste da ist sie dann leuchtet was aber egal ich nehme mir das geflügelter sieg okay wo bin ich geht hier noch in die richtung irgendwie ne aber im dunkeln ich weiß ja nicht weiß ja nicht keine ahnung was da hinten ist wenn ich jetzt kaputt gehe was passiert dann nicht gut das wäre gar nicht gut ausrüsten und dann immer mal schön nach hause ich glaube wir haben alle quests abgeschlossen oder so war sicher bin ich nicht ab ins bett junger hüpfer na super das ist tag habe ich ja richtig gut lange im bett gelegen okay tagebuch wirst flammenblut quest du hast derzeit kein unfall verkehrt unvollendeten quest das heißt ich habe sie alle und ich habe sie zwar nicht mehr alle aber naja fähigkeiten ich habe zwei punkte irgendwie deprimierend was ist das was ist hier ich regeneriere gesundheit ne das war das ding ich hätte gerne mehr ja mehr kritz chance ein oder mehr fein im umkreis und 20 metern dann leidest du 15 weniger die schaden aber hier das geht ja auch nicht ich habe nur zwei punkte ach ist das übel wir räumen mal alles aus hier war nix ja fünf steine sollte man eigentlich immer mitnehmen ne äh nicht tausend da beteilen ja geht ja nicht ja komm dann rüber jetzt erstmal egal so das will ich auffüllen mhm hier unten was dann hier noch ne baublöcke haben wir wahrscheinlich keine gekriegt ne hier äh besserer heiltrank auffüllen kleiner heiltrank auffüllen äh bandage auffüllen so bisschen durcheinander aber was soll's ich hätte gerne noch eine eiserne wuki maske gemacht okay jetzt habe ich mhm bücher braucht man so viele bücher ne früher mal ja jetzt braucht man die glaube ich gar nicht mehr so warum sind die federn jetzt nicht einsortiert worden äh weil ich knochen ja gut machen wir die knochen weg jetzt aber so äh sortieren ja unten habe ich vergessen zu sortieren ne genau hier noch was drin ja hier hier was habe ich hier stofffetzen die kann ich löschen weg damit hohes vogelfleisch löschen hohes wild ja braucht man halt immer wieder ne guck mal guck mal wie oft habe ich den jetzt schon was ist das denn eigentlich schädelbeschwörungsgefäß okay kleine aura ähm auflösen ne warte muss ich so machen ne kleine aura 28 28 ne das ist ja besser ne okay dann zerlege ich den der ist level 25 morgenstern 70 84 den kann ich noch einmal aufwerten ach das ist ähm ähm der hier der sieht eigentlich ganz gut aus benutze ich zwar nie aber was soll's das ist der gleiche stachelbogen wie der ne ja so gut dann kannst du den auch zerlegen den kannst du zerlegen ähm der hier ne ich glaube den wild wolf langbogen den hatten wir schon mal stopp 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 wild wolf langbogen also okay dann kann der auch äh warte mal der wurzelstaub ne 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 warte der starb wie kommt der da hin 47 47 ja gut warum nicht vier fälle habe ich genug kann man löschen ähm bronzebacken werde ich einsortieren ähm der gleiter warte mal sind die hier drin ne waren sie da drin da ist der gleiter drin ja und doch so schädelgefäße sind auch drin was denn große keule äh nicht zerlegen man 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 stufe 22 alles weg alles weg alles weg alles weg ne den behalte ich ja das war mein erstes super schwert ja das war mein erstes super schwert den hosen ich werde es mal kurz hier ammeln ne wildwurf langbogen hm den hatte ich sagte ich ne so also zerlegen jetzt haben wir wieder 1200 was weiß ich schlag mich tot an diesen dingern weil es mich jetzt noch jemand fragt wo ich die ganzen münzen hier habe genau da guckt er das an außen von den münzen sehr unfassbar was waren hier oben was war hier oben war der pfeile groß wild war das rohe wild kommt ja unten wird auch gegrillt ist super so perfekt gut wenn wir uns noch kurz den gleiter austesten zwar aber jetzt machen ich wollte mich reparieren da war jetzt mal ganz ehrlich das ding hier hat eine haltbarkeit von 280 das von 280 aber es geht so schnell kaputt mann mann ich wollte zucker hatte ich den hier und dann testen wir mal wie weit war kommen können wir von hier bis dahin fliegen das können wir bestimmt wenn wir von da ist nach hause fliegen das werden wir jetzt gleich testen zu hause ist muss am schönsten ist ich weiß da das sind 2000 einhundert ok wenn ich es schon sehen von hier aus ne ne was ist das ding und was ist das denn für eine warte wird nicht ganz funktionieren manchmal kann ich im flug das geht nicht mehr das ging mal schade also das funktioniert nicht okay gut dann gehen wir eigentlich als pin setzen dahin aber das müsste gehen der hoch walden warte da nach hause zu kommen das dürfte ja wohl kein problem sagen wir mal 500 meter man kann ich ja von hier aus schon fliegen da ist unsere burg man kann sie sehen ja da muss noch ein bisschen was gearbeitet werden ok ok und runterfall genau das wollte ich jetzt aber nicht man merkt es ok dann bedanke ich mich fürs zuschauen wir haben jetzt den besten kleider wir haben fast die beste rüstung und ja wir haben keine aufträge mehr das heißt in nächster zeit wird wahrscheinlich nur noch gebaut gehört ich bedanke mich wie immer fürs zuschauen bis morgen bis morgen bis zum nächsten mal hoffentlich kommt schnell ein update gehabt euch gut und tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal